ja das boot jetzt aber auch mal zeit ne ich darf spielen halbe stunde nach release untertitelsprache weiter ich will nicht scrollen es geht los jute battle pass im ding style na gut es ist ubisoft ne ich wollte gerade sagen ist hier der battle pass im style von herrscht spiel ramos exaktion ach du scheiße die aus far cry 6 ja gut das spiel auch mal gespielt ach so ist steht er da ich bin blind ja das spiel mal rangliste nehmen wir mal ohne rang nach der scheiße was buchstau meine fresse die haben das mit überhaupt wirklich so kompliziert aufgebaut wie in zu die das können sie ausrüstung okay ach zu scheiße ist das kompliziert nehmen die mp mündung keine wahrscheinlich habe ich nichts nein ich habe gar nichts aber ich nehme mp ist mir egal und hier gibt es nur pistolen also man kann hier nicht irgendwie gerät haft ronorte wie scheiße sieht die denn bitte aus ja was können die denn ich nehme cleaner wie kompliziert soll das menü sein ja was ist denn das gibt mir doch ein match ojemine es geht er hat eine match gefunden so weit bin ich gestern nicht gekommen warum ist die grafik so schlecht so jetzt darf ich mir auch auswählen wer ich bin ein digitaler gilly das spricht mir am meisten zu darf ich nicht gebe dir deck es kommt roger bin dabei roger warum splinter cell was ist das ja ich will ach so ach so okay das spiel fühlt sich gut an ich weiß nicht was es ist fps kann ich hier leider nicht sehen alter hier aber ich fühle mich jetzt doch ein bisschen beschränkt weil ich kann nicht mich hinlegen ne hinlegen geht glaube ich nicht was haben die mich nicht gesehen wie geil ist das denn ja es spielt sich nicht genau wie mp3 aber es spielt sich auch nicht schlecht oh wir hatten nämlich gesehen wo kommt der denn hier nur macht man muss resporen was soll ich denn jetzt die gerade machen ja man ich sehe die nicht warum ist denn das spiel so boah oh was ey wie soll man denn durch dieses schild durchkommen so ein quatsch ja er ist von da direkt die sind überall geil ach man bin ich bescheuert ja ich wollte platten stecken ich bin bestimmt unser letzter mein meine fresse oh habt doch eine granate dabei ja ey die sind überall wie was soll der quatsch da ja geht mir nicht auf den sack damit ich will in die erste runde ja ist jetzt noch genug gezeigt vor allem sind diese cutscenes übel verpixelt blitzschild ich finde das alles unnötig hier meine angepasste man erwartet immer dieses cd geräusch level aufstieg eroberungszone umkämpft alter ey geh weg ich werde in diesem spiel nie einen win holen jungen so jetzt aber mal los eroberungszone gesichert team erobertszone c wir kontrollieren alle eroberungszonen gute arbeit agent jungen die sind überall ich habe er sieht mich einfach trotzdem na gut weiß nicht also spiel ist an sich ganz geil aber jetzt identisch wie cd ist es nicht also ich würde es jetzt nicht miteinander vergleichen irgendwie das ist was anderes wo kommst du denn her ich verschwinde ich verschwinde nee warum werden eigentlich alle gegner sofort angezeigt alle zonen im besitz unserer seite eroberungszone a ist in gefahr wir verlieren zone a hier wird nichts verloren oh wie viele punkte soll man denn machen 800 oder was alter was warum denn jetzt auf einmal na egal holen wir uns a zurück aktiviere Tarnung wir gewinnen die versündete Einheit die sich an acht du hast zwar ein Schien du hast zwar ein Schien du hast zwar ein Verkauf sein ja ich weiß jetzt auch nicht welches Video zuerst kommt ob das hier oder mein anderes ganz spezielles Video denn ich ich darf wieder cd weiterspielen auf meinem eigenen Account ich muss wieder nichts neu machen ich bin entbannt deswegen weiß ich jetzt nicht für welches Spiel ich mich mich hier entscheiden soll ja ja ich stehe kurz vorm Sieg ey cd lügt halt besser aktiviert bei jedem Spiel eliminiert komm her zone b ist umbeschützt verwendete in zone c boah dieses hinlegen fehlt mir ja geht doch knapper Sieg total knapp spieler das ist ein Matches jungen ja kannst du auch weiterbleiben ach der hat die beste kd wie bester im Match wieso steht hier überall bester im Match has oje naja das soll hier einfach nur ein Testvideo werden weil es auch schon ziemlich spät ist werde ich jetzt auch erstmal aufhören mit diesem Spiel vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video cialierung das ist ein capability wie bester im Matches ist das ist haben das ist